Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Best of Valtight. Also was das Match mit Hero betrifft bei Karat, ne, also ich glaube, das war damals eine relativ riskante Entscheidung von WSW. Was hat die Story beachtet, ist quasi, dass der eine Zeitlang fast in Ungnade gefallen ist, aber dann quasi seine zwei Breakout-Performances hatte quasi. Jetzt inzwischen da echt eine große Nummer bei NXT geworden. Ja, super, ich freue mich total, ne. Was bedeutet einem Wrestler sowas, wenn du zum ersten Mal den Gürtel gewinnst?